Flink, attraktiv, aufregend und effizient mit dem Elektro-Einsitzer Colibri von Innovative Mobility schon heute erleben, wie die intelligente Mobilität der Zukunft aussieht. Der Colibri spart nicht nur 30 Prozent der Kosten gegenüber einem konventionellen Kleinwagen, sondern bietet ein vergleichbares Komfort- und Sicherheitsniveau. Mit seinem durchzugsstarken Elektromotor bietet er nicht nur enormen Fahrspaß, sondern auch autobahntaugliche 120 kmh Höchstgeschwindigkeit. Der Colibri deckt den meisten Mobilitätsbedarf eines einzelnen Menschen ab. Wenn man das kombiniert mit der Bahn, mit dem Fahrrad, mit anderen Verkehrsmitteln, ist ein ideales Element in einem Mix. Wir sehen circa zwei Prozent des jährlichen Fahrzeugabsatzes. Das sind immerhin 60.000 Stück pro Jahr. Als Arbeitgeber kann ich mit dem Colibri die Elektromobilität meiner Mitarbeiter viel leichter unterstützen, weil eben keine großen Investitionen in Ladeinfrastruktur erforderlich sind. Seine kompakte Größe bietet dabei unübertroffene Wendigkeit für den Stadtverkehr und geringen Platzbedarf. Seine Reichweite beträgt 110 km, das zweieinhalbfache dessen, was wir im Schnitt pro Tag fahren. Er fährt lokal natürlich emissionsfrei. Auch die Aufladung geht fix. In zweieinhalb Stunden ist der Akku wieder voll. Und das an einer normalen Haushaltssteckdose oder einer Ladesäule. Kosten? Weniger als zwei Euro. Ja, die Liesbaden Deutschland GmbH sieht den Colibri als einen Baustein in einer Fahrzeugflotte. Wir denken, dass ein solches Fahrzeug wie der Colibri einfach in ein Full-Service-Konstrukt bei einem flotten Kunden eingebunden werden kann, wenn ich dann an solche Aspekte wie Wartung, das Reifenmanagement oder das Schadenhandling denke. Ich finde wichtig, dass im Sommer ein solches Fahrzeug klimatisiert werden kann, im Winter eine ordentliche Heizung da ist und auch ein bisschen Ladekapazität in einem Kofferraum. Ich denke, dass Flottenbetreiber, die stark auf die Kosten achten, Interesse an diesem Fahrzeug entwickeln werden, in Anbetracht auch der sehr geringen Kilometerkosten, die wir erwarten. Crash-Sicherheit hatte bei der Entwicklung immer hohe Priorität. Den Euro-NCRP-Crashtest besteht er mühelos, dank seiner patentierten Rahmenkonstruktion, ESP, Airbag und Knautschzonen. Die fließende Linie und das innovative Türkonzept vermitteln Sportlichkeit und Eleganz. Das ist die Handschrift unseres Designers Christian Böhme. Die Kundenresonanz ist überwältigend. Bereits heute gibt es für den Colibri über 1500 Vorbestellungen. Innovative Mobility hat die Leitung über ein Netzwerk aus erfahrenen Spezialisten und Industrieunternehmen. Auf zahlreichen Messen ist der Colibri der Publikumsmagnet und hat unzählige Preise gewonnen, wie zum Beispiel den IQ Mitteldeutschland. Zum Markteintritt in 2016 bieten wir eine voll ausgestattete Limited Edition an, den Colibri Prime, zu einem Preis von 10.990 Euro. Die Batterie kann ab 40 Euro im Monat geliest oder aber auch gekauft werden. Partner sind wie gewohnt ausgewählte Händler und Werkstätten vor Ort. Dank Fertigung in der EU ist höchste Qualität garantiert. Eine runde Sache also, ob Unternehmen oder Pendler. Der Colibri ist ein potenter Baustein für Ihre Mobilitätsbedürfnisse. Werden Sie Vorreiter! Werden Sie Vorreiter! Werden Sie Vorreiter! Werden Sie vorreiter tier finden ausgewählten ... ... Untertitelung des ZDF, 2020